Hey Leute, Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einem ganz, 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 ganz kurzen Video. Ähm, deshalb auch kein Intro oder so. Ich möchte lediglich sagen, dass der Server leider noch nicht ab ist. Wir arbeiten daran, dass der abkommt. Versuch's einfach weiter und sobald er on ist, wird dann Jigga ein Video machen. Das ist dann zwar auf Englisch, ich werde dann bereits schlafen, aber dann wird er jedenfalls ein Video machen, dass der Server on ist. Also bleibt am Ball und ich hoffe, dass ich morgen dann endlich euch die frohe Kunde verkünden kann, dass der Server on ist. Das war's für mich. Lasst ein Like da, wenn ihr dieses kurze Video gemocht habt, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in einem sehr viel längeren Video wieder. Macht's gut.